Ich würde auch viel lieber hierbleiben, Ephraim. Aber wenn wir nicht fortgehen, wird es uns so wie deiner Mutter ergehen. Du bist groß geworden. Die Familie wird sich gut um dich kümmern, mein Sohn. Wenn der Regen wiederkommt, komme auch ich zurück. Und was ist, wenn es gar nicht mehr regnet? Wir werden uns niemals trennen, Juni. Das verspreche ich dir. Er ist mein Großneffe. Er kocht genauso gut wie seine Mutter. Ein Junge, aus dem meine Frau geworden ist. Am Freitag wirst du das machen, was sich für einen Jungen gehört, wenn er bei uns hier ein Mann werden will. Du opferst das Lamm. Ich hasse es hier. Du bist die einzige Frau deines Alters, die noch nicht verheiratet ist. Was soll ich denn eigentlich noch hier? Ich will dein Leben retten. Stell dir vor, da hinten irgendwo liegt unsere Heimat. Dein Platz ist in der Familie, Ephraim. Du bist noch zu jung, um von zu Hause wegzuziehen. Du bist noch zu doom. Alles bist noch zu jung, um von zu Hause wegzuziehen. Du bist noch ein reorganer Geist. Du bist noch zu tester. Du bist noch niegal. Du bist noch nicht so zu Hause. Untertitelung des ZDF, 2020